Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Magdeburg. Heute Abend wird es ostfaktisch mit unserem Gast Gesine Lötzsch. Herzlich willkommen aus Berlin bei uns heute in Magdeburg. Vielen Dank. Ostfaktisch und nicht postfaktisch, wie es hier auf dieser schönen Tüte vom Eulenspiegel Verlag heißt. Vorgestellt wird heute Abend von der Autorin selbst das Buch Immer schön auf Augenhöhe, was soeben im Eulenspiegel Verlag erschienen ist. Ich sage das deshalb auch, weil wir auch schon das erste Buch in dieser Reihe hier vorstellen durften, gemeinsam mit ihrer Kollegin Petra Pau, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen werden. Das ist also ein sehr schönes, kompaktes Bändchen, was die Erfahrungen in ihrem langen Politikerleben zusammenfasst und einen Blick hinter die Kulissen erlaubt, aber auch den Alltag für Sie als Bundestagsabgeordnete. Gesine Lötzsch, das vielleicht als kurze Vorrede, ist seit 2002 Direktkandidatin für den Wahlkreis Berlin-Lichtenberg. Das kann auch nicht jeder von sich sagen. Sie sind Vorsitzende des Haushaltsausschusses, eine sehr wichtige Position, über die wir vielleicht auch noch reden können. Sie sind Verteidigungsausschuss und sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das bin ich jetzt nicht mehr, weil der Haushaltsausschuss ist so umfassend, dass ich das nicht mehr sein kann. Ja, da haben wir ja schon mal einen Hinweis, worum es da gehen könnte. Immer schön auf Augenhöhe ist der Titel und damit wollen wir gleich einsteigen. Wenn man hier die erste Seite umblättert, findet man ein wunderschönes Foto von der Autorin mit einem Tier, überraschenderweise einer Giraffe. Sie erkennen das von hinten nicht, aber Sie können es sich ja gleich nochmal anschauen. Einer Giraffe, mit der Sie auf Augenhöhe sind. Wie kam es dazu? Ja, es ist ja so üblich, dass man zum Jahresende, zum Jahresanfang Karten verschickt. Und manchmal war ich erstaunt, wie einfallslos die Karten der Kollegen waren. Da stehen Schneemänner vor dem Reichstagsgebäude oder vor dem Brandenburger Tor. Also ich kann mich an Schnee vor allen Dingen aus meiner Kindheit erinnern. Und diese Frage immer schön auf Augenhöhe, keine Angst vor großen Tieren, ist ja auch eine, die mich in der Politik natürlich beschäftigt hat. Weil 2002 bis 2005, das ist ja schon ein bisschen angedeutet worden, habe ich ja damals mit Petra Pau die linke Fahne im Bundestag hochgehalten. Und wir mussten uns immer neue Dinge ausdenken, um uns nicht unterkriegen zu lassen. Weil wir ja, auch wenn wir als Partei nicht die 5-Prozent-Hürde erreicht hatten, ja trotzdem, ja, etliche Millionen Stimmen hinter uns standen. Und eine Geschichte, die ja auch für jeden wichtig ist, der direkt gewählt ist, ich bin seit 2002 für den Bundestag in Berlin-Lichtenberg, es ja auch, besteht ja darin, die Dinge zu verteidigen, die man hat. Und dazu gehört der Tierpark Berlin, Berlin-Friedrichsfelde. Nun waren sie ja alle schon mal in Berlin und wissen, in Berlin gibt es den Zoo und den Tierpark. Und nachdem die Mauer gefallen war und alles auf Vereinigung zurollte, gab es zumindest bei uns in Berlin ganz heftige Diskussionen. Wir haben eine Oper in West-Berlin, wozu brauchen wir noch Opern im Osten? Wir haben den Zoo in West-Berlin, warum brauchen wir noch den Tierpark im Osten? Und so war dieser Tierpark auch immer wieder Gegenstand von Begierden auf verschiedene Art und Weise. Die Maximalversion war die Forderung, diesen Tierpark zu schließen. Dann wurden wichtige Tiere aus dem Tierpark in den Zoo gebracht. Dann gab es mal wieder die Idee, ihn zu verkleinern. Also da kam vieles zusammen. Und viele Menschen, die in Berlin wohnen, haben eine sehr emotionale Beziehung zum Tierpark, denn schließlich wurden dort auch freiwillige Aufbaustunden geleistet. Also einige kennen noch diesen Ausdruck NAW. Wissen Sie, was das ist? Natürlich nicht. Das war jetzt ziemlich böse von mir. Natürlich wissen Sie es, aber es war natürlich rhetorisch sehr schön, dass Sie mir den Ball zurückspielen. Nationales Aufbauwerk. Heute würde man sagen freiwillige Arbeitsstunden. Und da haben dann die Leute gesagt, Mensch, da habe ich mit meinen eigenen Händen gebuddelt und gebaut und das soll geschlossen werden. So, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war, ja, wenn wir sagen, wir müssen jetzt mal zeigen, dass wir auch mit großen Tieren auf Augenhöhe sind, überlegt man sich, was sind große Tiere, hohe Tiere. Zum Beispiel eine Giraffe, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Und die Giraffe sollte sich ja auch nicht runterbeugen zu mir. Das würde ja auch komisch aussehen. Also haben wir eine ziemlich wagemutige Aktion gestartet. Ich stand auf einer Leiter. Der Fotograf saß auf einem hohen Zaun. Und dann musste ja noch die Giraffe herangelockt werden. Und das war auch nicht so einfach. Und man darf nicht unterschätzen, dass Giraffen ja nicht nur vier Beine haben, sondern einen sehr, sehr starken Hals. Wäre ich also der Giraffe unsympathisch gewesen, hätte sie nur eine entschlossene Kopfbewegung machen müssen. Und ich wäre von der Leiter geflogen oder vielleicht der Fotograf von seinem Platz. Aber da ich hier sitze und das Foto zustande gekommen ist, sehen Sie, es hat gut funktioniert. Ja, ich habe da noch eine Frage. Die Postkarte am Schluss, sah man da noch etwas von der Leiter, auf der Sie stehen? Oder war das dann nur Kopf an Kopf? Nein, nein. Also wir sind ja ehrlich. Also hat man auch etwas von der Leiter gesehen. Okay, okay. Warum ist es so schwer, auf Augenhöhe zu bleiben als Politikerin mit dem Wähler oder dem Bürger? Nein, da ging es ja weniger um die Augenhöhe mit dem Bürger oder mit dem Wähler, sondern wir sind ja als Vertreterin damals, Petra Pau und ich, einer sehr kleinen Gruppierung nach, ja, man wollte uns rausdrängen, man wollte uns ignorieren, man wollte uns alle möglichen Rechte absprechen. Und darum war es erstmal wichtig zu sagen, also hallo, das lassen wir nicht mit uns machen. Und zwar nicht wegen uns, sondern weil, wie ich ja schon sagte, trotzdem ja eine Menge Leute hinter uns standen. Und die zweite Position mit der Augenhöhe war, dass wir auch gesagt haben, wir haben ja damals vor allen Dingen den Osten vertreten, als auch als Personen im Osten gewählt. Und auch da gab es ja immer eine gewisse Herablassung und deswegen war eine der Untertitel auch Politik auf Augenhöhe gut für den Osten. Das gehörte dann auch dazu, zu dieser Überlegung. Okay, ich hatte jetzt wahrscheinlich mehr von heute aus gedacht, von der Politikverdrossenheit oder von der Frustration mit dem politischen System, die viele empfinden. Und natürlich Augenhöhe Ost-West ist der andere Aspekt. Was mich nur überrascht hatte, war die Angabe in diesem Kapitel, dass die Bundestagsabgeordneten wohl Vorschläge bekommen für die Weihnachtskarten. Ich hatte immer gedacht, dass man da sich selber was überlegen müsste oder zumindest auch selber anschaffen müsste. Also anschaffen muss man das schon selber, aber man bekommt teilweise schon im August so Werbeprospekte. Und es gibt dann eben diese Vorschläge, also diese wahnsinnig originellen. Der Bundestagsabgeordnete steht vor dem verschneiten Reichstagsgebäude, neben ihm ein Schneemann und vielleicht noch ein geputzter Weihnachtsbaum. Und ja, vielleicht ist das für Leute, die weiter weg wurden, ganz interessant. Für Leute, die noch nie in Berlin waren. Aber da ich ja Berlinerin bin, dachte ich, das ist nicht so. Aber es ist, glaube ich, immer Erfolgversprechender, sich etwas auszudenken. Und ein Kollege, der nicht mehr unter uns war, der sagte, das Einzige, was mich an Ihrer Karte ärgert, dass ich nicht so eine schöne Idee hatte. Sie lieben also das Unkonventionelle und einmal haben Sie auch ein Wagnis hinter sich gebracht. Da sind Sie zusammen mit Horst Schlemmer aufgetreten in einem Film. Und ähnlich wie, oder Sie hatten damals die Fragen abgesprochen. Wir haben das heute Abend nicht getan, aber trotzdem ging das schief. Naja, im Endeffekt ging es ja Gott sei Dank nicht schief, aber das mit dem Absprechen hatte sich als nicht so richtig sinnvoll erwiesen. Soll ich das vielleicht mal vorlesen? Ja, gerne. Das wäre dann die Seite. Oh, jetzt habe ich, ah ja, hier habe ich sie schon. Das ist Seite 17. 17, genau. Das ist ja auch relativ kurz. Genau. Horst Schlemmer, ich kandidiere. Meine Praktikantin Jessica kam aufgeregt in mein Büro. Eine Mitarbeiterin von Horst Schlemmer oder Harpe Kerkeling hätte angerufen. Ich soll in einem Film mitspielen. Ich war von der Idee gar nicht begeistert. Die Gefahr war zu groß, von Horst Schlemmer veralbert zu werden. Doch Jessica ließ nicht locker. Horst Schlemmer sei einfach Kult. Da müsse ich mitmachen, meinte sie. Ich bat meinen Büroleiter Klaus, die Lage zu sondieren. Er kam mit der Regieassistentin überein, welche Fragen Horst Schlemmer an mich stellen würde. Klaus meinte, es könne gar nicht schief gehen. Wir trafen uns also in einer Berliner Kneipe. Horst Schlemmer und ich saßen am Tresen und lächelten uns an. Die Kamera lief und er stellte keine einzige abgesprochene Frage. In der Drehpause bat ich meinen Büroleiter, noch einmal mit der Regie über den Inhalt des Gesprächs zu reden. Es entstand ein kleiner Disput. Horst Schlemmer kam dazu und wollte wissen, welche Schwierigkeiten es gäbe. Er meinte, das sei kein Problem. Wir würden die abgesprochenen Fragen jetzt bearbeiten. Die Drehpause war zu Ende, die Kamera lief und Horst stellte wieder ganz andere Fragen. Irgendwie war es lustig und machte auch Spaß. Und Jessica meinte, es sei doch ein sehr nettes Gespräch gewesen und wir sollten nichts ändern. So kam es dann auch. Die Szene wurde nicht herausgeschnitten. Der Film selbst ist schnell erzählt. Der stellvertretende Chefredakteur des Gräfenbäucher Tagsblatt, Horst Schlemmer, hat von seinem Job genug. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung beschließt er, in die Politik zu gehen. Er gründet die HSP, die Horst Schlemmer-Partei. Er will Kanzler werden. Die HSP ist liberal, konservativ und links. Unter dem Motto Yes Weekend tritt er im TV-Kanzler-Duell gegen Angela Merkel an. Er schlägt den Bundeshasen als neues Wappentier vor. Ein weiteres Ziel ist, seinen Heimatort Grevenbräuch zur Bundeshauptstadt zu machen. Den Film haben immerhin 1,3 Millionen Zuschauer gesehen und ich natürlich auch. Das ist aber immer noch bekannt bei vielen, wenn ich das mal kurz erzählen darf. Ich stieg neulich am Alexanderplatz in Berlin in die Straßenbahn. Da stand so ein Ehepaar, um die 40, mit einer halbwüchsigen Tochter, also in dem schönsten Pubertätsalter. Der Mann guckte mich immer so an, zwinkerte mir immer so zu und sagte, ist es oder ist es nicht? Und ich sage, na, ich denke schon, bestimmt, wenn Sie mich so angucken. Er sagt, das letzte Mal haben wir uns, er war im Publikum und ich auf der Leinwand, haben wir uns doch bei Horst Schlemmer gesehen. Und die Tochter sagt dann, Papa, das ist ja peinlich, kannst du doch nicht fremde Frauen ansprechen? Er sagt, das ist doch keine fremde Frau, ist doch Gesine Lötzsch. Ja, Töchter können manchmal grausam sein mit ihren Vätern. Haben Sie welche? Ja. Okay. Ich bin auch immer peinlich. Das vergeht irgendwann, so mit 25 oder so? Natürlich. Ja. Als wenn die Töchter 25 sind. Ja, ja. Sie hören schon raus, es geht hier also auch um Anekdotisches und etwas zum Schmunzeln, so ist dieses Format auch angelegt. Aber nach meinem Eindruck, wenn man so die vielen kleinen kurzen Kapitel, die auch unter Überschriften geordnet sind, dann so durchgeht, ist es doch immer auch wieder ganz klar politisch und es stehen auch ernste Dinge dahinter. Also so ganz kommen Sie da nicht raus. Und gehen wir mal in das, was Sie Bundestag live nennen, das harte Leben als Abgeordnete, die erste Rede. Das fand ich ganz eindrucksvoll. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei der ersten Rede, die ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete im Bundestag hält, so, dass man erst mal eine gewisse Schonfrist noch gewährt. Und ja, alle sich noch mal daran erinnern, wie aufgeregt man selber vielleicht war bei der Rede und dergleichen mehr. Wie war das bei Ihnen? Ich lese das gleich vor. Zu der ersten Rede sage ich gleich noch mal auch etwas genauer. Das fängt ja auch in den ersten zwei Sätzen so an. Man staunt ja manchmal in unserer heutigen technisierten Zeit, was auch noch per Hand gemacht wird. Wenn Sie manchmal vielleicht die Sitzung sehen im Bundestag, im Phönix oder so, oder einen kleinen Ausschnitt, da sitzt vorne der Präsident und links und rechts sitzt jeweils noch eine weitere Person. Das sind die sogenannten Beisitzer oder Schriftführer. Das sind auch Abgeordnete, immer einer von der Oppositionsseite und einer von der Regierungsseite. Und die schreiben per Hand die Redeliste. Und da staunt man manchmal, also manche sind völlig unleserlich und dann gibt es welche, die schreiben so, als wären sie, wie hieß es, Schulausgangsschrift oder so. Und bei der ersten Rede steht dann auch immer eine Bemerkung, erste Rede, das wird dann auch gesagt, das ist ja erste Rede, also nicht stören, nicht dazwischenreden und auch keine Zwischenfragen stellen. Aber jetzt komme ich zu dem Text, ich lese ihn vor mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident, so sagen wir das immer im Bundestag. Erste Rede, Beifall von allen. Ich werde häufig von Besuchergruppen im Bundestag gefragt, welche Rituale es in diesem Hohen Haus gibt. Zum Beispiel, wer, warum, wem Beifall klatscht. Es kommt sehr selten vor, dass jemand von allen Fraktionen des Bundestages Beifall erhält. Garantiert ist das eigentlich nur bei einem Geburtstag ab 60 Jahren oder eben bei der allerersten Rede im Bundestag, die ein Abgeordneter oder ein Abgeordneter hält. Im Anschluss an die Rede ist es üblich, dass der Präsident gratuliert und für die weitere Arbeit alles Gute wünscht. Beifall von allen ist garantiert. Bei mir war das allerdings anders. Ich hielt meine erste Rede im Bundestag in einer besonderen Situation und vor vollbesetztem Haus. Es war die konstituierende Sitzung im Jahr 2002. Die PDS verfehlte die Fünf-Prozent-Hürde. Nur Petra Pau und ich hatten per Direktmandat den Einzug in den Bundestag geschafft. Petra hatte bereits zum zweiten Mal ein Direktmandat gewonnen, das erste Mal in Pankow, später in Marzahn-Hellersdorf. In meiner ersten Rede forderte ich nun Rechte für uns ein, zum Beispiel das uneingeschränkte Fragerecht, das normalerweise jedem Abgeordneten zusteht. Als Einzelabgeordnete konnte ich der Bundesregierung nur vier Fragen im Monat stellen. Ich verwies darauf, dass wir keinen unabhängigen Einzelabgeordneten wären, wie es uns die Bundestagsjuristen erklärt hätten, sondern Vertreterinnen einer und derselben Partei, nämlich der PDS. Wir, so unsere Auffassung, waren eine Gruppe von zwei Personen. Direkt vor meiner Rede war der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse zum Bundestagspräsidenten gewählt worden. In seiner Antrittsrede brachte er seine Genugtuung darüber zum Ausdruck, dass es eine Fraktion weniger im Bundestag gäbe. Ich gratulierte ihm in meiner Rede zwar zu seiner Wahl, widersprach aber heftig seiner Auffassung, dass unsere Demokratie gewachsen sei, weil wir nun als Fraktion nicht mehr vertreten seien. Ich versicherte allen, dass wir als Fraktion wiederkommen würden. Das war zum damaligen Zeitpunkt sehr mutig, aber die Wahl im Jahr 2005 bestätigte zum Glück meine Prognose. Nach dieser Rede kannten mich alle und der Beifall, der kam aber nur von Petra Pau. Dafür zuverlässig nach jeder Rede. Übrigens, da man uns den Status Abgeordnete der PDS zu sein absprach, begann ich jede Rede mit dem Satz, ich bin Abgeordnete der PDS. Meist folgte ein wütender Zwischenruf, nein sind sie nicht. So ist es mit den Ritualen im Bundestag. Ja, vielen Dank. Nun geht es ja dabei der Frage, ob man Fraktion ist oder nicht, auch um handfeste Rechte, die man hat im Parlament. Also ob man Anfragen stellen darf und dergleichen mehr. Aber was den Beobachtern ja noch gut präsent ist, ist einfach auch der Platz, an dem sie saßen und wo sie saßen. Wollen Sie das nochmal darlegen? Ja, also das war ja, sag ich mal, genau, also die Idee war ja, uns möglichst unsichtbar zu machen. Aber dadurch, dass man uns so sehr versucht hat, nach außen zu drängen, haben sich ja viele Leute darüber wirklich empört und zu Recht. Also man hat uns richtig abgesondert, wir saßen quasi fast draußen und wir hatten weder Tisch noch Telefon. Und kein Mikrofon, was ja auch wichtig ist, das spielt ja in dem Buch auch in einem anderen Kapitel eine Rolle. Denn um zum Beispiel eine Zwischenfrage zu stellen oder eine Frage in der mündlichen Fragestunde, braucht man ein Saalmikrofon. Denn diese Frage stellt man nicht vom Rednerpult aus oder Redepult. Und da wir das nicht hatten, mussten wir uns dann immer irgendwo ein Saalmikrofon sorgen, was einmal zu einer sehr unangenehmen Situation führte. Das ist hier dann auch in dem Buch aufgeführt. So, dann hatten sich ja viele Leute darüber empört, dass wir da hinten so saßen und nicht mal einen Tisch hatten und unsere Sachen dann immer so auf der Erde ausbreiten mussten. Und dann hatte man uns zwischenzeitlich mal einen ganz kleinen Tisch hingestellt. Dann hätten sich aber andere Abgeordnete darüber beschwert. Und dann wurde dieser Tisch plötzlich wieder rausgetragen. Pietra Pau hatte dann die hübsche Idee, die hatte sich einen Koffer angeschafft, so einen Aktenkoffer, der dann einen kleinen Klapptisch hatte. So, und nun war natürlich die Not groß. Wir sollten keinen Tisch haben, aber andererseits im Abgeordneten im Plenarsaal die Tasche wegzunehmen, das ging ja natürlich auch nicht. Ja, Fazit von der ganzen Geschichte war, dass uns auch Kollegen erzählten, wenn zum Beispiel Besuchergruppen in den Bundestag kamen, stellten die Besucher immer zwei Fragen. Die erste Frage bei der Besichtigung des Plenarsaals, wo sitzt die Kanzlerin und wo sitzen Petra Pau und Gesine Lütsch? Also, ging genau nach hinten los, die Aktion gegen uns. Ja, also sagen, war es auch vielleicht ein sowohl Fluch als auch Segen für Sie und Ihre Bekanntheitsgrad? Ja, natürlich war für uns ja wichtig, für Petra und mich, dass wir auch unseren Wählern und unserer Partei, unseren Mitgliedern auch zeigen wollten und mussten, wir lassen uns hier nicht unterkriegen, wir stehen ja da nicht als Einzelpersonen, sondern wir sind für ein Programm gewählt, für eine Idee und wir wollen hier auf keinen Fall wieder gut drückt dasitzen, sondern das Beste eben aus der Situation machen und ich glaube, das ist uns auch damals ganz gut gelungen. Gab es im Nachhinein zum Beispiel von Wolfgang Thierse, der sich ja auch als Fürsprecher des Ostens sieht und gesehen hat damals, sowas wie eine Versöhnung oder eine Entschuldigung? Nein, also Wolfgang Thierse, da war natürlich das Verhältnis besonders angespannt, weil er ja mehrmals, obwohl er sozusagen als auch Vertreter der Ost-SPD, als ein gewisses Gesicht des Ostengeils, in dem Wahlkreis besiegt wurde von Abgeordneten oder erst Kandidaten und dann Abgeordneten der PDS damals, zum einen war es Stefan Heim, das war ja auch eine Geschichte, da war ich noch nicht im Bundestag, deswegen steht hier in dem Buch auch nichts dazu, womit ja keiner gerechnet hatte, dass Stefan Heim erstens für die PDS antritt und dann auch diesen Wahlkreis gewinnt, der ja eigentlich Thierse zustand in Anführungsstrichen und Stefan Heim hat ja dann auch als Alterspräsident die Rede gehalten und man hat noch bis zum Schluss versucht, Stefan Heim daran zu hindern, indem man ihm plötzlich dann eine Stasi-Akte unterschieben wollte und es war ja auch wirklich beschämend, dass ein großer Teil der Abgeordneten Stefan Heim damals jeglichen Respekt verweigert hat. Ich will an der Stelle vielleicht erwähnen noch, Stefan Heim hat ja lange in dem Bezirk Trepte-Köpenick gewohnt, da gab es den Versuch, eine Straße oder einen Platz nach ihm zu benennen, das ist dort leider vor Ort nicht gelungen, aber wir haben bei uns in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, einen kleinen Platz nach ihm benannt, der allerdings recht zentral liegt, ich weiß nicht, wer ab und zu mal nach Berlin kommt, Rathaus Lichtenberg, da gibt es auch ganz viele große Einkaufscenter und da haben wir einen Platz nach Stefan Heim benannt und das im vergangenen Jahr, das hat uns sehr gefreut. Ja und dann kam ja die kleine Petra Pau aus der Sicht von Wolfgang Thierse damals, wo alle gesagt haben, schafft die nie, der Sieg von Thierse ist sicher und wieder hat er verloren. Und dann kam ein weiterer Vertreter, dann der Linken inzwischen, Stefan Liebig und wieder hat Thierse verloren und dann fand er nicht mehr so gut. Also ich glaube, ich will ja auch Wolfgang Thierse nicht unrecht tun, er hat sehr viele Verdienste auch, er hat sich auch gerade antifaschistisch engagiert, er hat sich an Straßenblockaden beteiligt, hat sich also auf die Straße gesetzt, um Nazi-Demonstrationen aufzuhalten. Also das will ich ihm hoch anrechnen, aber die Geschichte so mit uns, dass ich glaube, da werden wir nie mehr beste Freunde. Okay, ja dann vielleicht auch nochmal einen Ausflug in die Gegenwart, wo Sie das Stichwort Alterspräsident genannt haben. Zurzeit wird ja diskutiert, ob man Verfahrensweisen ändern soll, um zum Beispiel einen Alterspräsidenten von der AfD zu verhindern. Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich problematisch, wenn man die Regeln anpasst, je nachdem, wer gerade sozusagen es sein könnte oder werden könnte. Und wir haben das in der Fraktion, wir werden das noch besprechen, also wir haben da jetzt noch keinen Beschluss gefasst, aber viele Vertreter unserer Fraktion, auch die Fraktionsspitze, hat sich dazu geäußert und gesagt, also das kann man nicht machen, man kann die Regeln mal nicht einfach so drehen, wie sie gerade opportun scheinen. Ich finde, viel wichtiger wäre, alles daran zu setzen, dass die AfD eben nicht in den Bundestag kommt, dann wäre das Problem gelöst. Und dann noch eine zweite Anmerkung, naja, der Dienstälteste ist Wolfgang Schäuble. Und Wolfgang Schäuble hat schon so oft im Bundestag gesprochen, ich glaube auch nicht, dass das jetzt sozusagen die beste Idee ist, aber wie gesagt, die eigentliche Botschaft ist, machen wir die demokratischen Parteien stark und verhindern wir die AfD in den Bundestag zu kommen. Gut, wir sind ja noch mehr als 100 Tage vor der Bundestagswahl. Ja, ein halbes Jahr haben wir noch, da kann noch viel passieren. Ja, Ost und West ist schon mehrmals hier angesprochen worden. Vielleicht dazu eine Anekdote aus dem hiesigen Landtag, die mir dazugekommen ist. Es gab eine Sitzung im, ich sage jetzt mal, Grob Agrarausschuss und ein Vertreter der AfD hat dann festgestellt, dass Bioprodukte aus Sachsen-Anhalt auch nach Bayern beliefert würden und sprach dann vom Ausland. Und so etwas Ähnliches ist Ihnen doch auch widerfahren. Das wäre die Anekdote auf Seite 99. Ja. Osten immer noch Ausland. Ja, obwohl ja die Bayern sich selber immer so einen Sonderstatus geben. Also das ist ja schon mal eine interessante Geschichte. Und Sie sind ja auch dem Grundgesetz nicht beigetreten. Also, aber trotzdem, wir wollen Sie nicht ausschließen. Osten immer noch Ausland. Bei einer Veranstaltung über alternative Finanzierungsformen hat Professor Werner Sinn, der Präsident des renommierten IFO-Institutes, im Februar 2004 einen Vortrag unter dem Titel Was tun? Wie schafft Deutschland den Aufschwung? gehalten. Eindrucksvoll stellte er dar, wie sich die Lücke zwischen Ost- und Westdeutschland in den letzten sieben Jahren vergrößert hatte. Die sogenannten neuen Bundesländer verbrauchten 366 Milliarden Euro im Jahr, erwirtschafteten aber nur 253 Milliarden, selbst so der Gelehrte. Und dann fiel eher der wichtige Satz. Es gibt kaum noch andere Länder in der Welt, die so von Ressourcen aus dem Ausland abhängig sind. Der Osten Deutschlands ist für einen führenden Ökonom auch im Jahre 2004 noch Ausland. Konfessionelle Zweistaatler hatte man früher, Vereinigungsskeptiker genannt. Sollte der Begriff nicht umgedeutet werden? Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich zu dem Werner Sinn noch einen Satz sagen. Ich bin ja erstaunt, wie tolerant man also gegenüber solchen Leuten ist. Denn diese ganzen Wirtschaftsweisen und Ökonomen, die ständig in den Talkshows uns die Welt erklärten, hatten ja alle die Finanzkrise 2008 nicht vorhergesehen. Sie waren völlig überrascht davon und konnten sie auch nicht erklären. Dann gab es vielleicht so mal zwei, drei Monate Sendepause und jetzt gilt Herr Sinn wieder als Experte und ich finde das wirklich skandalös. Also jemand, der auf seinem ureigenen Fachgebiet derartig versagt hat, dass der sich immer noch als Experte darstellen kann, also ich glaube, da sollte noch etwas mehr Kritik geäußert werden. Ja, jetzt nähern wir uns Ihrem Fachgebiet unweigerlich an. Haushaltsausschussvorsitzende, hier in einem Anreißer des Verlages steht sogar, Sie leiten den Haushalt, aber das ist nicht ganz so. Wie stellt sich das darin oder was ist Ihre Verantwortung? Ja, also wenn ich Besuchergruppen habe, die jetzt noch weit unter der Volljährigkeit sind, also Schulklassen, dann frage ich die immer, naja, was stellt ihr euch eigentlich unter Haushalt vor? Und das ist immer ganz interessant, da sage ich zuerst, die Jungs, die Mädchen sollen schweigen. Weil, das ist nämlich ein guter Test, weil manche dann sagen, naja, einkaufen und so und da sind doch die Frauen zuständig und dann sage ich, ja, sehr gut. Jetzt wissen die Mädchen, worauf sie zu achten haben, wenn sie sich mal einen Lebenspartner suchen, diese Frage, wer wofür zuständig ist, vorher erklären. Die Männer hier in der zweiten Reihe gucken, schon skeptisch. Die erinnern sich an eigene Geschichten. Nein, der Haushalt ist ja die Haushaltskasse des Bundes und da sind im Augenblick etwas über 328 Milliarden drin. Die habe ich hier, nicht in der Tasche, ja. Das wäre natürlich etwas leichtfertig. Und der Haushaltsausschuss gilt auch als der Königsausschuss des Parlaments und dort muss jeder Minister jede einzelne Ausgabe, die er tätigt, sich genehmigen lassen. Es gibt im Bundestag so eine ungeschriebene Regel, dass immer ein Vertreter der stärksten Oppositionsfraktion in diesen Posten oder in diese Position gewählt werden soll. Als ich das werden sollte, gab es so einen kleinen Aufstand, aber wirklich einen Mini-Aufstand. Das werde ich gleich noch genauer begründen. Und wir hatten schon gesagt, naja, immer wenn wir dran sind, werden die Regeln geändert. Das hatten wir schon in vielen Fällen erlebt. Und dann hat ein Abgeordneter eine Unterschriftensammlung gegen mich versucht zu organisieren. Und von den 631 Abgeordneten, damals 631, jetzt sind wir nur noch 630, 631 Abgeordneten haben dann ganze 16 unterschrieben. So, das war dann nicht so erfolgreich. Der Haushaltsausschuss, wie gesagt, muss jede Ausgabe genehmigen. Und die Hauptarbeitszeit ist vor allen Dingen, also wir tagen jede Woche, jede Sitzungswoche mehrere Stunden, aber vor allen Dingen so im Herbst, wenn dann der Haushalt für das kommende Jahr vorbereitet wird. Und da müssen auch alle antreten, alle Minister und Rede und Antwort stehen. Und wenn uns die Antworten nicht gefallen oder sie nicht auskunftsfähig sind, dann müssen sie eben so lange nacharbeiten, bis dann doch die Antworten gegeben sind. Natürlich wird immer noch mit Mehrheit entschieden, das ist auch klar. Aber für mich ist auch wichtig, als Vorsitzende dieses Ausschusses darauf zu achten, dass erstens die Minister nicht denken, sie können sich jetzt mal irgendwie fadenscheinig entschuldigen und sagen, ach, da schicke ich mal meinen Stellvertreter. Also in bestimmten Fragen können natürlich Stellvertreter kommen, aber es muss immer eine politisch verantwortliche Person da sein. Und natürlich auch, dass die Fragen alle ordentlich beantwortet werden und nicht so, ach, der hat zwar was gefragt, aber darauf gehe ich nicht ein. Und die besonders lange Sitzung ist die Sitzung, wenn wir in der zweiten Lesung den gesamten Bundeshaushalt nochmal durchgehen mit jeder Position und jeder Mindest auch nochmal erscheinen muss. Und da werden dann auch nochmal ein paar, also hohe Millionenbeträge umverteilt, beziehungsweise sogar bis in die Milliarden. Und ich habe jetzt gerade nochmal das Protokoll der letzten sogenannten Bereinigungssitzung vom November gesehen und die Sitzung endete um 2.50 Uhr in der Nacht. Ja. Ja, also sehr kräftezehrend. Ja, man ist schon gut beraten, wenn man eine gute Kondition hat. Das muss man als Politiker sowieso. Und vor allen Dingen so in der letzten Nacht, da muss man besonders gut aufpassen. Da sage ich immer, wer am längsten einschläft, hat verloren. Weil in bestimmten Bereichen ja dann doch nochmal so auch jetzt aus der Sicht einer Privatperson größere Summen, aber auch kleinere Summen hin und her geschoben werden können. Und da versuchen wir natürlich auch unsere, wenn wir da mal Einfluss nehmen können, das auch entsprechend zu verbuchen. Also eine Geschichte ist, es gibt immer so eine Liste Baudenkmäler oder eben Kultur zu schützen ist Kulturgut. Im Lutherjahr kommt dann natürlich ganz viel auch in Sachsen-Anhalt an. Und ich konnte dann auch, und das ist mir natürlich auch wichtig für den Friedhof Berlin-Frieditzfelde, die Gedenkstätte der Sozialisten, dann auch so etwas rausschlagen, dass wir das Tor, einige von Ihnen kommen ja und von euch sind ja da sicher auch im Zimmer, dass wir das Tor da endlich restaurieren können. Aber da muss man dann eben in der Nacht gut aufpassen und gucken, stehen da jetzt meine so und so viele Tausend Euro drin oder nicht? Und wenn die nicht drinstehen, dann wird das schnell angehalten und dann wird es nochmal schnell korrigiert. Aber da muss man eben gut aufpassen, gute Konditionen haben, nicht zur falschen Sekunde gerade auf Toilette sein. Also muss man alles einplanen und eintrainieren. Ja, das steht so ausführlich gar nicht in dem Buch. Ja, wir hatten ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Seiten. Okay. Ein ökonomisches Thema wollte ich noch aufgreifen. Hartz IV, das Sie in diesem Buch auch ganz klar nochmal Armut per Gesetz nennen. Das war ja vor der Finanzkrise, führte auch dazu, dass beispielsweise auch hier in Magdeburg eben Montagsdemonstrationen standfanden in Anknüpfung an diejenigen zur Friedlichen Revolution. Und mittlerweile ist es ja so, dass die eine selbsternannte Volkspartei ihre Position wieder dazu ein bisschen verändern will, also revidiert. Aber offensichtlich war es Ihnen hier nochmal wichtig, in diesem Buch auch nochmal ein klares Statement zu setzen. Ja, das ist ja völlig klar. Also Hartz IV wurde im Bundestag beschlossen, als die Linke schwach war. Und unsere feste Überzeugung ist, wäre die Linke oder damals noch die PDS, aber jetzt die Partei, die eben die Trägerin linker Ideen ist, stärker gewesen, wäre ein derartiges Gesetz nicht möglich gewesen. Und die Wirkung von Hartz IV, das wissen Sie alle, aber trotzdem kann ich es ja nochmal auch meine Position dazu sagen, besteht ja nicht nur darin, dass Menschen, die Hartz IV bekommen, in schlechten Verhältnissen leben, sondern, dass es ein allgemeiner Druck ist auf die Löhne, dass Leuten gesagt wird, naja, also wenn dir hier das nicht passt, in meinem Unternehmen zu arbeiten, kannst du ja Hartz IV gehen. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und es hat auch in hohem Maße, finde ich, so die Beziehungen von Menschen untereinander verändert. Also ich habe ja auch, wie alle Abgeordneten, das machen regelmäßig Bürgersprechstunden. Und ganz häufig kommen Leute, die Probleme im Jobcenter haben, die wir dann häufig auch lösen können. Aber ich weiß ja genau, also wenn die ins Jobcenter kommen, dann sind sie schon so angespannt und wissen, jetzt passiert hier irgendwas, was nicht gut für mich ist und können ihre Fragen auch gar nicht so formulieren und dann entstehen ständig Probleme und Missverständnisse. Und wenn man diese Papiere dann liest, also wenn sie das und das nicht machen, dann passiert das und das, fühlt man sich ja schon so richtig bedroht. Und was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn zu mir in die Bürgersprechstunde Menschen kommen, und das ist auch, finde ich, so eine Auswirkung von Hartz IV, die legen sofort alles auf den Tisch. Die zeigen mir ihren Ausweis, die zeigen mir ihre Krankenakten. Dann sage ich, das müssen sie mir alles gar nicht zeigen. Das sind ihre Daten und lassen uns doch erst mal darüber reden. Aber die sind schon so gewöhnt, dass sie überall alles zeigen müssen. Und da sprechen wir auch immer über, ja, das gibt so ein schönes Wort, Informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz und jeder soll auf seine Daten achten. Aber andererseits werden diese Menschen gezwungen, also ständig alles bis ins Kleinste offenzulegen. Und machen das auch an Stellen, wo man sagt, nein, ich will ihren Ausweis nicht sehen, ich will ihre Krankenakte nicht lesen, nur wenn wir wirklich darüber einen Detail brauchen. Und das, glaube ich, hat schon auch so die Beziehungen untereinander verändert und das ist auch einer der ganz schlimmen Auswirkungen. Und natürlich ist auch die Frage, wie soll man von diesem Geld leben? Wir haben ja, also das eine ist ja dieses Hartz-IV-Grundgeld und das andere sind ja die Kosten der Unterkunft. Und wie kompliziert das ist, auch eine Wohnung zu bezahlen. Welche Wohnungen dann zugestanden werden, dann gibt es mal, die Wohnung ist zwar im finanziellen Rahmen, aber ist zu groß. Also kann dieser Mensch die Wohnung nicht beziehen. Oder die Wohnung kostet irgendwie neun Euro mehr als erlaubt. Und schon entstehen wieder neue Probleme. Und eigentlich sollen die Menschen ja auch versuchen, sich eine Arbeit zu suchen. Aber sind ja so mit diesem ganzen Verwalten und ständig zu Ämtern rennen, so beschäftigt. Also ich würde da überhaupt nicht schaffen, nebenbei zu arbeiten. Also ich bewundere das eigentlich, wie man da überhaupt noch durchhalten kann. Und ist das dann so, dass Sie im Wahlkreis dann ein Büro haben, wo auch solche Dinge verhandelt werden? Ja, also ich habe ein Bürgerbüro in meinem Wahlkreis, auch in einem Gebiet, wo viele Leute wohnen. Also wir nennen das ja heutzutage Großsiedlung in politisch korrekten Sprech. Man kann auch sagen Plattenbauten. Und da ist das eben eines der wichtigsten Probleme. Und natürlich kann ich als Abgeordnete ja auch ganz anders, also der Chef des Jobcenters muss mit mir sprechen. Der spricht auch mit mir. Also ich wende mich dann immer an die oberste Etage und kann dadurch auch eher Leuten helfen. Aber das sind ja dann nur die Einzelfälle. Und eigentlich müsste das ja ganz anders laufen und gerade so eine Situation dürfte nicht entstehen. Was wir auch sagen, was sehr schlimm ist, sind Sanktionen. Also der Hartz-IV-Satz ist ja per Gesetz das Existenzminimum. Also müsste man eigentlich sagen, ein Existenzminimum kann und darf nicht gekürzt werden. Aber sehr schnell werden ja Sanktionen verhängt. Die Mitarbeiter des Jobcenters haben ja teilweise auch nur befristete Arbeitsverträge. Haben also auch, sagen Sie, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, verliere ich vielleicht auch meinen Job. Also das ist ein System, finde ich, was auch unserem Land überhaupt nicht würdig ist. Und darum brauchen wir etwas anderes. Und wir machen ja hier keine Wahlveranstaltung. Aber trotzdem, wenn das schon angesprochen wurde, Hartz-IV, wir als Linke sagen, wir brauchen für alle eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Sanktionsfrei ausdrücklich. Und da haben wir auch eine Summe, die ist 1.050 Euro. Und ich finde, das ist einfach eine vernünftige Forderung. Das heißt, ein deutsches Statement. Und ich will das auch gar nicht jetzt nochmal diskutieren, Hartz-IV, Pro und Contra und so weiter. Vielleicht die Frage, diejenigen, mit denen Sie zu tun haben, die Betroffenen, haben Sie da das Gefühl, dass die ökonomisch abgehängt sind und vielleicht auch politisch sich schon ausgeklinkt haben oder auch politisch abgehängt sind? Oder erreichen Sie, wenn Sie danach gehen, also nach Ihren Wählern, die Sie potenziell erreichen können, haben Sie das Gefühl, dass Sie da noch einen Resonanzboden haben? Naja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also diejenigen, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die gehen ja bewusst, die waren vielleicht auch schon bei anderen Abgeordneten, aber die gehen ja bewusst zu einem Abgeordneten. Also die sind auf alle Fälle politisch zumindest, ja, aktiv ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die wissen, da sind Politiker, die sind verantwortlich oder die können was machen. Diejenigen, der viel größer ist natürlich der Anteil, die auch resignieren oder sagen, da gehe ich nicht hin oder die gar nicht auf die Idee kommen, die es gar nicht wissen, dass man sowas machen kann. Und von Hartz IV kann man wirklich nicht richtig vernünftig leben, das ist völlig klar. Ich kann mich entsinnen, als wir noch ganz zu Anfang, das ist auch in dem Buch beschrieben, eine Episode, an diesem Hartz-IV-System war, da hatte ich auch eine Gruppe, die sagt, naja, jetzt haben wir ja noch alles, aber wenn denn mal unser Kühlschrank kaputt geht oder wir, keine Ahnung, im Winter neue Stiefel brauchen, dann kommen erst die richtigen großen Probleme, denn vor dem Hartz-IV-System gab es ja auch im Sozialhilfebezug die Möglichkeit, eben individuelle Entscheidungen zu treffen, also wenn jemand jetzt einen Kühlschrank braucht, um mal bei dem Beispiel zu bleiben oder eben Winterschuhe, dann konnte das eben individuell entschieden werden, das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Ja, da vielleicht nochmal dran anknüpfend war die Gesetzgebung und die Debatte darum und die erbitterten öffentlichen Kundgebungen auch, die es darum gab. Waren das so ein erster Schritt vielleicht dahingehend zu einer Delegitimierung des politischen Systems, so wie wir sie in der Gegenwart haben? War das so ein Schritt nach unten? Würden Sie das so beschreiben? Ja, das ist es ja genau für viele Leute auch gewesen, also wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie schnell heute, also nach diesem Hartz-IV-System beziehungsweise der Agenda 2010, jemand aus einer relativ guten Berufstätigkeit bei Arbeitslosigkeit, dann nach einem Jahr Arbeitslosengeld eben auf Hartz-IV fällt, dann ändert sich ja das ganze Leben. Man muss alles beim Arbeitslosengeld eins, wissen Sie ja alles, erzähle ich Ihnen trotzdem, müssen Sie ja nicht sagen, wie viele Ersparnisse Sie haben oder ob vielleicht Sie für Ihre Enkelkinder oder Kinder eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Aber wenn Sie in dem Hartz-IV-System sind, müssen Sie ja alles, was Sie im guten Glauben für die Zukunft sich zurückgelegt haben, was wir auch immer machen sollen, das wird uns ja jeden Tag gesagt, sagt, sorgt selber vor, verlasst euch nicht auf die Rente, ihr müsst doch extra was, das wird ja dann alles in Frage gestellt und alles ist weg. Man muss alles sozusagen erstmal aufbrauchen, bevor man eben diese Unterstützung bekommt. Und das stellt natürlich so ganz viele auch Lebensplanungen und Lebensentwürfe völlig in Frage. Und dann merken ja auch viele Menschen, die eben wenig Geld haben, dass auf sie herabgeblickt wird. Und wenn wir in der Schule sind und es steht eine Klassenfahrt an und Kinder können nicht mitfahren, obwohl es ja auch Unterstützung gibt, die sind aber teilweise so bürokratisch, also dieses BUD-Beteiligung, also Bildungs- und Teilhabepaket, also wie er in der Politik aktiv ist, der kennt ja auch diese fürchterlichen Abkürzungen, also Beteiligungs- und Teilhabepaket. Aber diese Antragstellungen sind auch so anspruchsvoll und dass viele Eltern dann auch sagen, ach, das mache ich nicht und dann, das will ich ja nicht. Und ich habe keine Lust, dann ständig in die Schule zu gehen und mir dort da so eine Anträge abzugeben. Dann kann man sagen, da muss man drüberstehen, tu alles für dein Kind, machen manche vielleicht auch. Aber ja, da gibt es dann eben auch ganz viele Kinder, die ausgeschlossen sind. Und wir wissen ja, dass gerade in unserem Land, wir kennen das ja auch aus Untersuchungen und Vergleichen mit anderen Ländern, über den Entwicklungsweg das Elternhaus, also die soziale Stellung des Elternhauses, eine enorme Entscheidung hat. Und das war in früheren Generationen oder eine Zeit lang mal anders, so kurz nach dem Krieg gab es ja einen großen Aufbruch. Also viele, die, was weiß ich, in den 30er, 40er Jahren geboren sind, die haben ja selber auch diesen Bildungsaufstieg mitgemacht. Die waren plötzlich die Ersten in der Familie, die Abitur machen konnten, also Arbeiterkinder, die dann Professoren wurden. Und das ist ja etwas, was immer mehr zurückgeht. Und das finde ich auch sehr, ja, eigentlich auch, wenn man es mal rein ökonomisch sich nur anschaut, also auch eine völlige Verschwendung von Talenten. Und darum habe ich ja auch hier in dem Buch erst was geschrieben über den Sputnik-Schock. Ja, gerne. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken, auf welcher Seite der steht. Was geschah am 4. Oktober 1957? Das ist auf Seite 32. Sie sind ja schneller, ja. Da war ich jetzt schneller, genau. Seite 32 haben wir hier. Genau. Was geschah, jetzt habe ich schon fast verraten, die Antwort auf die Frage, was geschah am 4. Oktober 1957? Als Parteivorsitzende war ich häufig auf Einladung unserer Studierendenverbandes SDS zu Gast an Hochschulen und Universitäten. In meinen Vorträgen fehlte nie dieser Satz. Ihr erinnert euch doch alle noch an den 4. Oktober 1957. Häufig kam erst mal die Reaktion, So alt sind wir doch nicht. Ich sagte dann, ich auch nicht. Thorsten, mein Fahrer und treuer Unterstützer, grinste. Er als Raumfahrt-Enthusiast wusste natürlich Bescheid. Am 4. Oktober 1957 gelang es der Sowjetunion, den ersten künstlichen Satelliten, den Sputnik, ins Weltall zu schicken. Die westliche Welt, insbesondere ihre Führungsmacht, die USA, war schockiert. Ein Land, dem gegenüber sich die USA haushoch überlegen fühlte, hatte sie auf einem wichtigen, prestigeträchtigen Feld überrundet. Nur 4 Jahre später flog mit Yuri Gagarin der erste Mensch in den Weltraum. Die USA zogen nach und schickten den ersten Menschen auf den Mond. Immer wieder tauchen Theorien auf, dass diese Mondlandung ein großer Bluff war, aber geschenkt. Heute ist der Sinn der bemannten Raumfahrt eher umstritten. Die Kosten sind hoch und die Gefahren für die Menschen groß. Bemerkenswert und als heutige Lehre immer wieder hervorzuheben, ist, was der Sputnik-Schock in den USA auslöste. Das Bildungssystem wurde umfassend reformiert. Man erkannte, dass man nicht erfolgreich sein würde, wenn die Elite sich immer nur aus sich selbst wieder rekrutierte und die Mehrheit des Volkes von umfassender Bildung ausgeschlossen bliebe. US-Präsident Eisenhower sorgte dafür, dass mehr Mittel in die Bildung flossen und ein breites Stipendienprogramm für Menschen aufgelegt wurde, die man heute mit dem fürchterlich, finde ich zumindest überheblichen Wort, bildungsfern beschreiben würde. Wie wichtig und sinnvoll die Förderung jedes Kindes und Jugendlichen, ja jedes Menschen ist, beweist meine eigene Familiengeschichte. Mein Großvater war geprüfter Hilfsschlosser. Meine Großmutter nähte in Heimarbeit Handschuhe. Ihre drei Kinder observierten alle ein Fachschulstudium beziehungsweise ein Hochschulstudium. Und meine Eltern gaben ihren Bildungsdrang an ihre Kinder weiter und förderten mich und meinen Bruder. Heute sind solche Familiengeschichten nicht mehr typisch. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass ihre gute Ausbildung kein Garant mehr dafür ist, dass man auch Erfolg hat. Erfolg hat mit anderen Dingen zu tun, nicht damit, was man kann, sondern damit, woher man kommt und wie man vernetzt ist. Die Lehren aus dem Sputnik-Schock sind nicht nur in den USA verdrängt worden, leider. Aber ich erinnere bei jeder Gelegenheit an sie, seien es Reden im Bundestag zur Raumfahrt, zur Bildungspolitik oder Diskussionen zu Innovation und Raumfahrt. Im Februar 2015 nahm ich an einem Kolloquium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Brasilien teil. Es ging um Forschungsexzellenz in einer globalisierten Welt. Ich berichtete über das System der Forschungsfinanzierung in Deutschland, hob dessen Vorzüge hervor, verschwieg aber auch Kritikwürdiges nicht. Studiengebühren, so eine meiner Aussagen, negieren die Lehren des Sputnik-Schocks und verschwenden Talente. Ja. Vielen Dank. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Blog, was für uns als Bibliothek noch besonders interessant war in Ihrem Buch. Sie haben ja eben verraten, Ihr erster Ferienjob in der DDR, so ist die richtige Bezeichnung, war in einer Bibliothek. Sie haben also eine besondere Beziehung zu unserer Institution. Und wir haben natürlich auch den Anspruch, durch die Vermittlung von Lesen, von Lesekompetenz, von Kultur, zur Bildungsentwicklung entscheidend beitragen zu können. Und dahinter steckt natürlich auch, wie ich würde sagen, das bürgerliche Versprechen von Aufstieg, von Wohlstand, wo Sie gerade dargelegt haben, dass es sich vielleicht nicht mehr so an den bestehenden Verhältnissen realisieren lässt. Aber zurück zur Bibliothek. Sie waren also als 14-Jährige zum ersten Mal in der Bibliothek. Welche war denn das? Naja, da war ich nicht zum ersten Mal in der Bibliothek, sondern das war mein bezahlter Ferienjob. Also ab 14 durfte man ja dann für Geld arbeiten. Vielleicht noch einen Satz davor. Meine Einschulung, also insofern stand das unter einem guten Stern, meine Einschulungsfeier fand auch in einer Bibliothek statt. Und mein erster Ferienjob war in der Tat in einer Bibliothek, und zwar in einer wissenschaftlichen Bibliothek, und zwar im Zentralinstitut für Arbeitsmedizin. Da werden Sie sich natürlich denken können, da arbeiteten meine Eltern, und die hatten mir das auch vermittelt. Und dieser Ferienjob war außergewöhnlich erfolgreich, weil meine Eltern waren beide bibliothekarisch tätig dort in dieser Institution, und sie galten als sehr streng und genau. Und meine Aufgabe war es denn, in dieser Bibliothek Mahnungen zu schreiben. Und da ich ja logischerweise zu dem Zeitpunkt als 14-Jährige den gleichen Namen trug wie meine Eltern, wurde mir gesagt, es sind noch nie so viele Bücher zurückgekommen, wie mit dieser Unterschrift. Also das war super erfolgreich. Ansonsten haben wir, wenn ich das noch anfügen darf, Bibliotheken haben ja immer so viel Beeindruckendes. Als ich noch im Vorschulalter war, arbeitete mein Vater in der Staatsbibliothek unter den Linden als wissenschaftlicher Bibliothekar. Und da fand ich ganz toll die Rohrpost. Ich weiß nicht, ob es, also man hatte einige Nicken, ihr kennt das noch, also man gab oben den Leichschein ab, da gibt es ja alles nicht mehr Leichscheine und sowas. Dann kam das in die Rohrpost und dann zischte das dann ins Magazin und mit einem Krach und dann kam also die Rohrposter an und man entnahm den Leichschein und der zuständige Mitarbeiter der Bibliothek holte das dann raus. Ja, wir haben auch, also mir ist es immer noch ein Anliegen, immer auch für Bibliotheken Werbung zu machen. Ich habe die schöne Aufgabe in jedem Jahr in Schulen, so die Schulkinder zu begrüßen und das verbinde ich dann natürlich auch mal mit dem Werben fürs Lesen. Ich will Ihnen jetzt aber nicht meine Einschulungsrede vortragen, denn Sie haben ja die Schulzeit schon hinter sich. Aber das Zuckertütenfest vielleicht. Ja genau und das verbinden wir dann auch mit so einem Zuckertütenfest und werben eben dafür, dass die Kinder so schnell wie möglich sich eben auch zu ihrer Bibliothek begeben und dort auch einen Bibliotheksausweis bekommen und regelmäßig in die Bibliothek gehen können. Und wir haben in meinem Wahlkreis sehr schöne Bibliotheken, wo eben auch eine hohe, wie das ja hier auch so mein erster Eindruck ist, eine hohe Aufenthaltsqualität ist, man sich dann auch hinsetzen kann in Leseecken und das finde ich unheimlich wichtig. Letzter Satz. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja bitte. Dankeschön. Letzter Satz. Ich mache gar keinen Druck. Wir haben im Bundestag auch eine sehr schöne Bibliothek, die drittgrößte Parlamentsbibliothek der Welt. Das Schöne daran an dieser Bibliothek ist vor allen Dingen für meine studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich dann immer auf meinen Namen Bücher ausleihen können, auf die sie sonst in der Universitätsbibliothek lange warten müssten und ich bete dann immer zu Gott, dass sie diese Bücher auch rechtzeitig und pünktlich zurückgeben. Bisher hat der liebe Gott mein Gebet erhört. Sehr schön. Ja, Bibliotheksanekdoten könnten wir natürlich jetzt viele austauschen, aber Sie haben ja schon mal angesprochen, die Aufenthaltsqualität. Heute ist sie ein bisschen eingeschränkt. Wir haben hier heute einen Bücherflohmarkt veranstaltet. Also normalerweise ist es hier nicht so gedrängt, aber genau diese Idee, dass man sich hier aufhält und noch mehr tut, als reinzukommen und Buch ausleihen wieder auszugehen, das ist genau auch unser Ansatz. Und wir haben auch mit fast allen Kindereinrichtungen und Grundschulen Kooperationsvereinbarungen, haben wir sehr viele Veranstaltungen zur Leseförderung, werden in diesem Jahr auch ein ABC-Fest machen oder ein Samstag. Aber Sie haben mir jetzt auch noch eine Vorlage gegeben für den Leihschein. Ich habe noch was mitgebracht, was ich Ihnen unbedingt zeigen wollte. Es gibt nämlich, und die regelmäßigen Leser bei uns wissen das, es gibt noch einen Ort hier in der Bibliothek, wo man doch noch einen Leihschein benötigt. Wer weiß denn das? Da meldet sich jemand hinten. Da meldet sich jemand. Oder? Ja. Genau, unsere historische Abteilung. Und da möchte ich doch jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen. Wir haben hier einmal durchs Haus jetzt in den nächsten drei Monaten eine wunderschöne Ausstellung unter dem Titel Unseres Herrgotts Kanzlei. Ein Ehrennamen für Magdeburg in der frühen Reformation. Und genau in unserer historischen Abteilung, wo wir den historischen Bestand verwalten, der zurückgeht eben bis zur Reformation über fünf Jahrhunderte. Dort gibt es noch die original zur DDR-Zeit gedruckten Leihscheine auf dem Abrissblock. Und die Signaturen, unter denen wir die Bücher verwalten, sind auch noch die aus den früheren Zeiten. Nicht alle aus der DDR, auch noch davor zum Kaiserreich. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, vielleicht würden Sie auf unsere Frühdrücke aufmerksam werden, wenn Sie hier reinkommen. Und habe Ihnen dann die älteste Ausgabe des Kommunistischen Manifests von Karl Marx mal mitgebracht, damit Sie sehen, dass wir auch sowas hier haben. Als kleinen Willkommensgruß 1906 im Vorwärtsverlag, wenn ich das richtig geschaut habe. Also dazu muss man wissen, dass ja diese Bibliothek zu diesem Zeitpunkt in dem zentralen Bereich noch als wissenschaftliche Bibliothek geführt wurde, beziehungsweise noch gemeinsam mit dem Stadtarchiv. Und dass sozusagen für interessierte bildungsbürgerliche Kreise auch solche Literatur dann eben zugänglich war. Und ich dachte, das ist einfach mal ein schöner Hin für Sie. Ja, super. Zumal wir jetzt alle auch den Film vorgestellt haben. Der junge Karl Marx, ich weiß nicht, ob der hier auch in Magdeburg läuft, ich gehe mal davon aus, ist gelaufen. Und er ist ja richtig in Berlin auf der Berlinale vorgestellt worden, was ja eine sehr schöne Sache war. Und wir haben den auch präsentiert bei uns im Wahlkreis. Ihr habt ja jetzt alle so gelacht, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob der auch in Magdeburg gelaufen ist. Ja, Sie haben auch Kinos, bestimmt ganz viele. Ich weiß nicht, wie viele Kinos Sie haben, aber ein paar Kinos haben Sie sicher auch. Jedenfalls haben wir diesen Film auch an verschiedenen Berliner Kinos gezeigt und präsentiert und waren auch erstaunt, wie viele Leute da gekommen sind und haben uns da wirklich drüber gefreut. Und dass jetzt auch wieder Leute sagen, jetzt müsste ich nochmal das Kommunistische Manifest nochmal anschauen. Und er wurde auch gezeigt, unter welchem Druck das dann geschrieben wurde und in welcher kurzer Zeit. Und was natürlich, glaube ich, für heutige auch interessant ist, für mich auch nochmal so eindrucksvoll, dass sie sich natürlich auch erstmal durchsetzen mussten mit ihren Lehren. Also Weitling spielte ja eine große Rolle, das haben Sie vorhin im Vorgespräch schon angesprochen. Ich musste mich, oder habe mich daran erinnert, dass ganz in der Nähe von der Wohnung, wo ich als Kind bei meinen Eltern wohnte, hieß auch eine Straße nach Weitling. Und dann zuerst dachte ich, man war natürlich weit, ja, aber dann utopischer Sozialist. Das sind dann so alles die Erinnerungen, die dort kommen. Und als die Finanzkrise 2008 war, war ja sogar das Kapital ausverkauft in vielen Buchhandlungen und musste enorm nachgedruckt werden. Und es gibt ja inzwischen die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja hier auch vertreten ist mit Gabi, die macht ja Kapitallesekurse und im Deutschlandfunk gibt es sonntags jetzt immer, Sonntagvormittag wäre da so beim, weiß ich nicht, was macht man Sonntagvormittag, Kartoffelschälen oder so, keine Ahnung. Haushalt natürlich. Ja, Haushalt, ja, das bisschen Haushalt. Da ist jetzt auch eine interessante Serie auch über Karl Marx und das Kapital und einfach, das lohnt sich wieder, das sich anzugucken. und irgendwann gab es mal so einen Spruch von wem auch immer, Marx ist out, ich glaube, das ist widerlegt von der Geschichte. Ja, so ähnlich war mein Gedanke auch, also ich hatte auch Lust, den Text da nochmal wieder zu entdecken und Wilhelm Weidling war natürlich auch für uns in Magdeburg insofern interessant, dass das die Bibliothek auch den Namen Wilhelm Weidling trug, bis 1990, glaube ich. Und sie haben eben an den Reaktionen gemerkt, wir sind natürlich froh, wenn wir in der Provinz auch mal richtige Filme hier zu sehen bekommen. Ja, als Berliner muss man ja sagen, als Berliner ist man ja immer gefährdet, dass man ja so hier so Großstadt-Allüren hat. Also ich entschuldige mich in aller Form dafür und hoffe, dass Sie mir das nachsehen. Aber mir ist das sehr bewusst, dass wir als Berliner mal sagen, naja, wir sind Berliner, aber wer ist mehr und so. Aber das Beste berlinerisch wird ja so, wie so außerhalb Berlins gesprochen, eher so in Brandenburg, da wird ja viel stärker berlinert als in Berlin selbst. Und wir in Berlin müssen jetzt so ein bisschen Widerstand leisten gegen die Schwaben. Also nur vom Dialekt her, vom Dialekt her. Aber das schaffen wir auch noch. Gut, ja. Am meisten beeindrucken mich Filmteams aus Berlin, wenn sie uns mal beehren von RTL oder so, wenn sie mal hier was haben. Also sehr cool, die Redakteurinnen und Redakteure. Wenn man begrüßt wird, hat man schon mal Glück gehabt. Gut, ich möchte noch einen Punkt, bevor wir mit dem Publikum noch sprechen, doch nochmal zum Lesen. Sie sind ja, wenn ich auf das letzte halbe Jahr schaue, neben Wolfgang Bosbach und dem aus Halle stammenden SPD-Abgeordneten Karamba Diaby und Burkhard Lischka, demnächst auch Anton Hofreiter, immerhin die nächste Politikerin, die das Lesen und Schreiben für sich entdeckt hat, das Bücher veröffentlichen. Also das lässt hoffen. Und Sie sehen ja an der Auswahl auch, dass wir da breit aufgestellt sind. Aber was mich besonders interessiert hat, war, dass Sie Sommer-Krimilesungen auch organisieren. Das fand ich sehr charmant, auch an ungewöhnlichen Orten, wenn ich das richtig weiß. Ja, also im Sommer verreisen ja nicht alle Leute irgendwie zwölf Wochen oder so. Das ist ja, so ist ja das Leben nicht. Und wir versuchen ja mit verschiedenen, oder ich versuche jetzt ganz speziell in meinem Wahlkreis mit den verschiedensten Veranstaltungsformaten auch immer wieder andere Menschen anzusprechen und Interessen aufzunehmen. Und wir haben bei uns, also in meinem Wahlkreis in Berlin-Dichtenberg, einen sehr schönen See, den Obersee und den Oranke-See. Und am Obersee befindet sich ein Wasserturm. Und an diesem Wasserturm gibt es dann so eine kleine Terrasse. Und es ist alles so ein bisschen, ach, so ein Park und ein Wald. Und manchmal ist es so ein bisschen diesig. Und das passt einfach zu Krimis. Da kann man sich dann auch vorstellen, ja, also da hinten hinter dem Baum könnte jetzt der Mörder stehen oder so. Und ich habe auch aus meinem engeren Umfeld, also auch die Leute, die dort waren, kenne ich Krimi-Autorinnen, zum Beispiel ein schreibendes Damen-Kollektiv, drei Damen, die dann auch in einer sehr schönen Krimi-Episode berichtet haben, ja, wozu auch große Tiefkühltruhen im Keller gut sind. Nämlich die weiter die Rente zu beziehen des denn dort liegenden Ehemannes. Aber das waren sehr hübsche Geschichten. Und ich freue mich ja auch immer, wenn Leute neben ihrer Arbeit schreiben. Und ein Fernsehredakteur vom MDR übrigens inzwischen, nee, war schon immer MDR, also war aber eine Zeit lang mal ausgeliehen an die ARD, Tim Herden, ist hier wahrscheinlich auch ein Begriff, der schreibt Hinseekrimis. Und das passt ja dann natürlich auch in die Wassergegend. Und da haben wir auch ganz schöne Erlebnisse gehabt, zumal er auch in seinen Krimis, ja, so die Geschichte der Treuhand spielt da eine Rolle und so Eigentumsübertragung, Ost-West-Konflikte. Und das ja, ach Mensch, wie kann man auf sowas kommen? Also das kann ich nur empfehlen. Und ich mache da nochmal ein bisschen Druck und sage, also ich warte auf den nächsten Krimi, zumal der eine so ausging, dass man nicht wusste, was wird denn nur aus den beiden Inselpolizisten. Der eine kam so als überheblicher Berliner, so wie ich, ne? Der kam dann nach Hintensee und hat dort mit dem Inselpolizisten zu tun und irgendwie sah es so aus, als, ja, gehen sie beide drauf. Aber dann habe ich so auf ihn eingeregt, gesagt, das kannst du doch nicht machen, dass ich nicht weiß, ob die überleben und die müssen doch überleben. So entstand dann noch etwas. So gibt man auch gegenseitig manchmal so ein bisschen Druck und sagt, jetzt musst du aber schreiben. Ich wollte nur zu dem Buch sagen, also weil bei Ihnen da Biografie drauf klebt. Das ist natürlich keine Biografie, das sind einzelne Geschichten. Ich finde, wer in meinem Alter schon seine Biografie schreibt, ist ein bisschen pessimistisch. Ich wollte ja den Kollegen nicht reinreden bei der Klassifizierung. Ja, sorry, aber... Ja, ja, ich hatte auch ein bisschen gestutzt. So, Sie hatten heute schon einen langen, anstrengenden Tag und haben jetzt eine Stunde lang ein paar Episoden aus Ihrem Buch nochmal erläutert. Ich würde jetzt einen Schnitt machen und einfach nochmal die Runde freigeben, auch für das Publikum, das ist bei uns guter Brauch. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die eingangs jetzt nicht richtig gewürdigt worden ist, die hebe ich jetzt nochmal hervor. die eigentliche Veranstalterin dieser Veranstaltung und Frau Gabriele Henschke macht für uns jetzt, oder? Ja. Den Außenposten, genau. Frau Dr. Pönneke? Also, genau. Gut, das war jetzt ein bisschen wie bei Paulchen Panther. Also, Frau Henschke kommt zu Ihnen mit dem Mikrofon und Sie haben jetzt Gelegenheit, direkt mit der Bundestagsabgeordneten Frau Lötzsch ins Gespräch zu kommen. Genau. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jan, ich bin Magdeburger. Frau Lötzsch, ich bewundere, wie Sie sich hier darstellen. Woher? Ich darf vielleicht bitten, dass Sie mir vier Fragen verantworten. Oh, vier. Ja, da muss ich darauf nachdenken. Ich bin also mutig. Meine erste Frage wäre, woher nehmen Sie die Kraft und den Mut, über 15 Jahre sich mit dem politischen Correctness auseinanderzusetzen in Deutschland? Die zweite Frage wäre, es wurde ja dargestellt, dass Sie ja im Rüstungsausschuss auch sind, im Bundestag. Welche Hauptfeinde hat der Rüstungsausschuss? Die dritte Frage wäre, ob Sie etwas sagen können zu der ganz neuen, wohl europäischen Bewegung, die M24 von dem Varoufakis, dem griechischen ehemaligen Finanzminister. Wäre das nach Ihrer Sicht vielleicht eine neue Option in Richtung europäische Internationale, ehemals kommunistische Internationale? Vielleicht darf ich den Vergleich hinnehmen. Und letztens, es haben ja bei uns hier in Sachsen-Anhalt Wahlen stattgefunden, wo die Linksfraktion ja leider große Verluste hinnehmen musste. Hatten Sie als Bundestagsfraktion Einfluss auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt? Beziehungsweise auch, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus jetzt für die nächsten Wahlen, um so ein Debakel nicht wieder zulassen zu können? Dankeschön. Ja klar, also ich habe mir das auch geschrieben. Ich fange mal mit der letzten Frage an, mit der vierten Frage. Ob die Bundestagsfraktion Einfluss hat auf Wahlkämpfe in den Ländern, die natürlich die Bundestagsabgeordneten, die aus den Ländern sind, also die aus Sachsen-Anhalt waren. Aber jedes Land ist verantwortlich für die Positionsbestimmung und für den eigenen Wahlkampf. Die Bundestagsabgeordneten versuchen dann an den richtigen Stellen zu unterstützen. Was wir als klare, nicht nur aus diesem Wahlkampf, aber auch aus anderen Wahlkämpfen Schlussfolgerungen für uns formuliert haben, wir machen einen eigenständigen Wahlkampf. Wir machen keinen Wahlkampf für irgendeine Koalition, sondern wir sagen, das will die Linke, das will die Linke erreichen. Unser zentrales Thema ist die soziale Gerechtigkeit und die Friedenspolitik, die Demokratie, diese drei Punkte. Und darauf konzentrieren wir uns auch. Und wir wollen nicht sagen und werden es auch nicht sagen, unter den und den Umständen könnten wir vielleicht mit dem und dem. Und der Kompromiss ist hier schon mal formuliert. Jede Partei muss ihre Wählerinnen und Wähler überzeugen und ihre Position ganz klar und unverwechselbar formulieren. Zur Bewegung DIM24. Ich finde es erstmal gut und wichtig, sich international zu verletzen. Nicht verletzen, sondern vernetzen. Ich glaube, dass wir als Linke da nicht gut genug sind. Wir haben zwar Organisationen wie die Europäische Linke, wir haben eine gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament, aber es ist doch alles sehr, sehr weit auseinander. Und die Informationen, die ausgetauscht werden, sind auch, glaube ich, nicht immer ausreichend. Und wir haben gerade heute Nachmittag bei uns im Büro darüber gesprochen, dass es ja häufig schon daran hapert, dass wir zumindest als Partei so einmal in der Woche die wichtigsten Dinge auf Englisch auf unsere Website oder auf Facebook oder so stellen. Da ist doch, viele Kontakte sind sehr sporadisch und es ist auch sehr, nicht ausreichend bisher gelungen, so die Situation in den einzelnen Ländern einzuschätzen und dort auch die entsprechende Unterstützung zu leisten. Also wenn ich mal schaue, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren haben wir alle ganz groß in der Öffentlichkeit unsere Solidarität zu Griechenland bekundet. Und ja, heute redet kaum jemand mehr darüber. Das ist, und wir sehen natürlich, wie kompliziert das ist und da ziehen wir uns so ein bisschen zurück. Also ich glaube, da müssen wir besser werden. Ob das jetzt mit DIM24 gelingt, das können wir jetzt nicht voraussagen, aber es ist natürlich ein Baustein. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wenn Leute sich wirklich auf internationaler Ebene kontinuierlich miteinander treffen, sich austauschen und das nicht immer alles von vorne beginnt. Und wir sehen ja in ganz vielen Entwicklungen in der Welt, also gerade auch auf dem Wirtschaftsgebiet, die Konzerne, die vernetzen sich international ganz schnell. Das funktioniert sehr gut und da sind wir einfach zurück und da müssen wir auch besser werden. So, zu den ganzen Rüstungsfragen, ich habe mir hier als Kürzel aufgeschrieben, Sie sehen das ja, Einzelplan 14. Da habe ich jetzt im Augenblick vor allen Dingen folgendes Anliegen, dass alle Leute immer wieder wissen sollen und hören sollen und sich dagegen auflehnen sollen, dass zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung oder man kann sagen, für Verteidigung ausgegeben, so heißt es ja offiziell, Verteidigung ausgegeben werden sollen. Wir haben jetzt schon im Rüstungsetat 37 Milliarden Euro. Das sind deutlich mehr als zehn Prozent unseres gesamten Haushalts, unseres gesamten Bundeshaushalts und die Erfahrung aus den letzten Jahren ist ja, obwohl man die eigentlich schon immer hat, aber man hat es ja immer wieder gesehen, dass durch mehr Rüstung unser Leben nicht sicherer wird, sondern unsicherer. Und wir versuchen das erstmal überall deutlich zu machen. Oder ich versuche das ja im Augenblick zu sagen, also diese zwei Prozent, das darf nicht sein. Und was mich so besonders auch negativ beeindruckt hat, nachdem klar war, dass Trump die Wahl gewonnen hat in den USA, war das Erste, was Frau von der Leyen gemacht hat, sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Verantwortung, wir brauchen mehr Geld selber für die Rüstung. Und wie gesagt, die haben schon viel zu viel. Und da werden Dinge produziert, da sind ja manche, die sagen, ja, ist ja gut, wenn die nicht funktionieren, aber ich will ja auch nicht, dass unser Geld weggeschmissen wird. Das können wir ja gut für soziale Projekte verwenden. Die Rüstungslobbyisten sind einflussreich, die versuchen sich in allen Bereichen auch breit zu machen. Und wir haben auch sehr viele Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Und darum finde ich es auch unsere Aufgabe, als Politiker Alternativen aufzuzeigen. Also wenn es Industriezweige gibt, die man aus den verschiedensten Gründen nicht mehr haben will, muss man den Menschen, die in diesen Industriezweigen arbeiten, auch eine Alternative aufzeigen. Und auch da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. So zu der Frage, ja, also mir macht meine Arbeit als Abgeordnete Spaß. Natürlich nicht nur, aber ich habe den Eindruck, dass das sinnvoll ist. Ich habe viel Bestärkung und Unterstützung. Und wir haben ja jetzt gerade auch unsere Listen aufgestellt als Landesverbände. Und da habe ich auch aus meinem Landesverband sehr viel Unterstützung erfahren. Und insbesondere bin ich immer sehr froh, wenn ich Leuten konkret helfen konnte, auch die, was wir vorhin angesprochen haben, so völlig verzweifelt zu mir in die Sprechstunde gekommen sind. Und wenn ich da sagen konnte, so, jetzt hat der eine Wohnung oder jetzt ist sein Problem gelöst, dann sage ich, ja, das lohnt sich dann doch. Und dann macht man eben doch weiter. Ja, aber vielen Dank nochmal für die Bestätigung. Danke. Ja, danke für die Abarbeitung der Fragen. Und ich werde natürlich gleich bestraft. Ich hatte die Regeln vorher nicht genannt. Also ich würde mich freuen, wenn die nächste Frage nicht in vier Teilen kommt und wir das Tempo hier irgendwie halten können. Sonst haben wir die Länge des Haushaltsausschusses am Schluss. Wir wollen ja zugegen einer halben Stunde jetzt durchkommen. Bitte schön, Herr Dr. Sonntag. Ja, erst mal mit einem Lob beginnend. Mir gefällt die Überschrift immer schön auf Augenhöhe. Das heißt, dass wir also genau wissen müssen, welchen Blickwinkel haben wir für die Probleme der Menschen unten und oben. Und da hat die Linke, glaube ich, ein echtes Problem. Wir haben auf der einen Seite ein tolles Parteiprogramm mit Transformationen hinten und vorne philosophisch untermauert. Wer arbeitet damit? Bei der Wahl. Ich merke es nicht. Zweitens. Wir haben also Foren durchgeführt mit der Ursula-Luxemburg-Stiftung. Wie kann man das näher bringen, dass unser Programm, die Transformation ernst genommen wird? Und in dem Sinne gleich die Frage bei den Foren in Magdeburg, in Halberstadt und so weiter. Da tauchte öfter mal das Problem auf, eine Referentin aus Berlin. In Lichtenberg gibt es einen Bürgerhaushalt. Das ist meines Erachtens eine Verbindung, die ihn oben und unten harmonisch schließt. Und da sind Sie bestimmt nicht unschuldig. Ja, ich kann was sagen zum Bürgerhaushalt. Da gibt es hier übrigens auch ein kleines Kapitel, Exportschlager aus Porto Alegre. Was bedeutet Bürgerhaushalt? Der Bürgerhaushalt hat die Idee und den Sinn, dass die Menschen auch, die in einem bestimmten Gebiet leben, außerhalb von Wahlzeiten direkt Einfluss nehmen können auf die Verteilung der finanziellen Mittel. Wichtig ist natürlich, dass jeder weiß, was gesetzlich vorgeschrieben ist, wird auch eingehalten. Also man kann jetzt nicht sagen, ach wir wollen nicht mehr, dass Kindergeld gezahlt wird oder so. Das ist natürlich klar. Aber es gibt ja in jedem Haushalt, eben auch auf der kommunalen Ebene in Lichtenberg, immerhin 280.000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber es ist ja eine unselbstständige Einheit von Berlin, so ein Bezirk, einen sogenannten freisteuerbaren Teil des Geldes. Und da haben wir eben verschiedene Formen und Arten der Bürgerbeteiligung eingeführt, dass sie also selber entscheiden können, wofür, für welche Projekte soll Geld ausgegeben werden. Und auch wenn nicht jeder Vorschlag durchkommt, sind doch die Leute viel mehr miteinander in der Diskussion, da lernen sich Leute kennen und da wird auch mehr Verständnis füreinander entwickelt, auch zwischen den Generationen. Manchmal sagen die jüngeren Leute, ach die Alten, die sollen mal sich ein bisschen zurückhalten oder so oder umgekehrt. Und dann kann man sich natürlich verständigen über, ja an welcher Stelle ist der Sportplatz besser oder an welcher Stelle muss man doch eher Nachbarschaftszentrum besser ausbauen. Und diese Idee des Bürgerhaushalts kommt aus Brasilien, aus Porto Alegre. Und dazu habe ich, muss ich jetzt nicht vorlesen, auch ein kleines Kapitel geschrieben und habe erzählt, wie wir beim Weltsozialforum in Porto Alegre waren und dann gesagt haben, ach wir haben noch Zeit, gehen wir nochmal spontan ins Rathaus und fragen mal, wie die das machen mit dem Bürgerhaushalt. Und es war wirklich absolut super, wir sind da rein zum Fördner, ich sagte, ja wir sind hier aus Deutschland und würden gerne mal jemanden hören, einen Experten zum Bürger, also wir hatten natürlich eine Dolmetscherin dabei, zum Bürgerhaushalt. Und ja, und dann haben die uns empfangen und haben uns da auch ihre, erklärt, wie sie das machen, wie sie denn auch in die Wohnbezirke gehen und mit den Leuten reden und ihnen auch erklären, wie funktioniert das, wo kommt das Geld her. Und sie haben auch gesagt, dass da auch ganz tolle Vorschläge gekommen sind und dadurch ja nicht unbedingt immer mehr Geld ausgegeben wurde, sondern die Leute auch gesagt haben, ey, passt mal auf, hier habt ihr Geld verschwendet, das könntet ihr sinnvoller verwenden. So, die Frage, ja, wie bringt man den Leuten das Parteiprogramm oder unsere Wahlziele näher, das ist ja eine, die jede Partei immer beschäftigt und da ja hier Vertreter verschiedener Parteien sicher auch im Raum sind und nicht nur der Linken, versuche ich mal zu erzählen, was wir auch so an konkreten Aktionen machen, wo man auch gut ins Gespräch kommt. Wir haben ja jetzt Frühjahr und im Frühjahr beginnt auch die Gärtenzeit und die Pflanz- und Wachszeit und eine feste Größe in unserem Jahresprogramm, also von meinem Team und mir, ist die sogenannte Tomatenaktion. Und die hat auch mit Hartz IV zu tun. Es gibt eine robuste Tomatensorte, ich hoffe, viele kennen die, Hartzfeuer, schon mal gehört. Und diese Tomatenpflanze verteilen wir so, wenn es halt die Pflanzsaison beginnt, wir werden es in diesem Jahr am 1. Mai hoffentlich beginnen können, also die Pflanzleien wachsen und gedeihen gerade im Gewächshaus und dazu gibt es dann immer eine Gebrauchsanweisung. Hartzfeuer und dann steht, da gibt es Gebrauchsanweisungen, Tomaten, wir wissen doch, wie man, naja, alle wissen es auch nicht. Kindern muss man doch manchmal erklären, dass die Tomaten, dass man die nicht sofort essen kann, die Tomatenpflanzen, sondern dass die Tomaten ja erst wachsen müssen und dazu gibt es dann ein Flugblatt, wo wir, oder ein Informationsblatt, das ist dann die Gebrauchsanweisung, wo wir unsere Position zu Hartz IV aufschreiben und sagen, was man ändern müsste. Aber da hat man einen guten Anknüpfungspunkt und wenn wir uns mit unseren Tomatenständen an den verschiedenen Punkten, wo wir das halt machen, aufstellen, da bilden sich Schlangen, da sagen die, ach ja, im vergangenen Jahr waren sie doch auch hier und dann zeigen sie mir Bilder, wie die Tomaten gewachsen sind. Aber der Anknüpfungspunkt ist immer dieser Begriff Harz, Harzfeuer, Tomatenpflanze, wird natürlich anders geschrieben, und Hartz IV und darüber kommt man dann, also das ist unsere Erfahrung, gut ins Gespräch. Ja, vielen Dank. Bitte einmal da vorne. Eine Frage, hat der Haushaltsausschuss die Macht, einen Bundestagsbeschluss außer Kraft zu setzen? Es ist ja schön, dass Sie für Friedrichsfelde Geld rausgeschlagen haben, das wird Walter Ulbricht freuen, worüber sich ich sicher nicht freuen würde, über das Einheitsdenkmal. Vielleicht können Sie da über die Kolonaten und das alles mal ein bisschen berichten. Ja, also die Sache mit Walter Ulbricht, naja, weiß ich nicht, ob der sich darüber gefreut hätte. Mein Punkt ist eigentlich, dass in jedem Jahr am 2. Januar, am 2. Januar Sonntag, tausende Menschen nach Friedrichsfelde kommen, dort sich treffen, sich unterhalten und da soll es eben auch vernünftig aussehen. Und darum finde ich es gut und wichtig, dass wir Geld dafür haben, auch um dieses Tor zu restaurieren. Es ist ja schließlich auch eine gedenkmalgeschützte Anlage. So, der zweite Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, ist dieses Einheitsdenkmal, die Einheitswippe. Natürlich kann der Haushaltsausschuss über Geld entscheiden, das ist ja auch seine Aufgabe. Und die Vertreter der Großen Koalition, die die Mehrheit ja auch im Haushaltsausschuss bilden, haben einen Antrag gestellt, der dann auch angenommen wurde, dass die 10 Millionen, die für diese sogenannte Einheitswippe geplant waren, gesperrt sind. Also das Geld ist nicht verschwunden, sondern das Geld ist gesperrt und kann einfach jetzt nicht verwendet werden. Ich weiß nicht, ob alle so mit diesem Thema vertraut sind. Es gab vor etlichen Jahren schon die Idee, ein sogenanntes Einheitsdenkmal zu errichten. Man hat das in Leipzig machen wollen und in Berlin, in Leipzig ist man gescheitert. Es gab dort verschiedene Entwürfe und keiner hat sich durchgesetzt und dann hat man diese Sache gestrichen. In Berlin gegenüber, direkt am Ufer, gegenüber dann vom dem jetzt wieder entstehenden Schloss, es heißt Humboldt-Forum, gab es dann auch einen Wettbewerb und es gab ein Projekt, eine riesige Wippe. Und diese Wippe soll, wenn Menschen sich darauf bewegen, sich nach einer oder anderen Seite neigen. Das ist so die Idee. Es haben mehrere Künstler daran gearbeitet. Sie sind dann auch über das Projekt nicht bessere Freunde geworden, sondern es sind auch einige ausgestiegen. Und das ist jetzt also aber nur der Rahmen. Dann hat vor ungefähr einem halben Jahr haben die Vertreter von SPD und CDU den Antrag gestellt im Haushaltsausschuss, weil auch absehbar war, dass hier die Finanzmittel diese 10 Millionen nicht reichen, das Projekt zu stoppen und das Geld zu sperren. Das ist jetzt erstmal der Sachverhalt. Und die zweite Frage, die Sie gestellt haben, was ist mit den Kolonaten? Ja, weil die Kolonaten ja viel teurer waren und werden sollten, als das denkt man selbst. Und das war für billig worden, die Kolonaten. Ja, ja, klar. Auch das war jetzt ein Vorschlag und sagen wir mal, das haben Sie auch gut erkannt von den Vertretern von SPD und CDU in so einer ganzen Liste, Geld für die Kolonaten direkt an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen. Natürlich schwerer taktischer Fehler, richtig, gut erkannt. Der Witz an der Geschichte ist, dass Berlin ja sagen müsste, wir wollen das jetzt bauen. Also das Geld für die Kolonaten liegt im Haushalt und die Stadt Berlin müsste sagen, wir wollen das jetzt haben. Aber in Berlin hat auch die Stadtentwicklungssenatorin, die auch von der Linken gestellt wird, gesagt, sie will diese wilhelminischen Kolonaten nicht bauen. Also wird dieses Geld nach jetzigem Erkenntnisstand nicht ausgegeben werden. Jetzt gab es, aber ich weiß gar nicht, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich will es trotzdem die Frage ja beantworten, zu Ende bringen, nochmal eine sogenannte Übereinkunft der beiden Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition, dass man jetzt die Wippe doch bauen will, aber eine Aussage in der Zeitung ersetzt natürlich keine Freigabe von Geldern in dem entsprechenden Gremium. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Ne, so weit sind wir ja nicht. Vielleicht wird es gebaut, vielleicht wird, es müsste erstmal jemand einen Antrag stellen, an den Haushaltsausschuss das Geld wieder freizugeben. Und den Antrag kenne ich bisher nicht. Mein Name ist Sander Johannes, ich habe folgende Frage an Sie. Wir haben von der Rüstungsindustrie gesprochen, es geht nur um den Rüstungsexport. Wie nehmen Sie Einfluss drauf? Es gibt Gesetze, die missachtet werden. Und wir müssen uns immer wieder fragen oder vorstellen, wie viel die Kriege, was die verbrauchen, wenn wir mal nur vom ökonomischen ausgehen. Und wenn wir mal das durchrechnen, jede dritte Patrone kommt aus Deutschland. So, Schönebeck haben wir ja immer, wird wohl immer produziert, meiner Meinung nach. Wie nimmt man Einfluss, dass diese eingeschränkt wird, dass der Export eingeschränkt wird, dass die kleinen Kaliberwaffen eingeschränkt werden, aber eben auch die großen. Die Panzer und Reifers bringt natürlich auch die Geld. Und dem Staat auch. Wie nimmt die Linke Einfluss darauf? Gibt es da Diskussionen und gibt es von Ihrer Seite dazu eine Bemerkung? Dankeschön. Ja, also wir als Linke fordern, auch bei jeder Gelegenheit, wo wir das fordern können, in der Öffentlichkeit, im Parlament sowieso, dass der Rüstungsexport erstmal in Krisengebiete absolut, der ist ja eigentlich auch verboten, dass der eingestellt wird. Die meisten Verletzungen, auch das haben Sie angesprochen, die schlimmsten Verletzungen entstehen durch diese sogenannten Kleinwaffen. Auch die sind unbedingt zu ächten. Was ich noch hinzufügen wollte, weil Sie auch gesagt haben, die ökonomischen Fragen, auch Rüstungsproduktion ist ja auch eine ökologische Frage. Also erstmal werden durch die Rüstungsproduktion ungeheuer viele Bodenschätze verbraucht. Energie wird verbraucht. Und durch das Abschießen von Raketen, von anderen Waffen, wird natürlich auch die Umwelt zerstört. Und ich finde, auch dieser Aspekt sollte vielmehr im Vordergrund stehen. Und das ist auch eine Frage der Bewahrung der Welt, diese Rüstungsproduktion zurückzufahren. Wir stellen als Linke, das gehört ja so zu dem parlamentarischen Handwerk auch dazu, regelmäßig Anfragen und fordern die Bundesregierung auf, uns Auskünfte zu geben über Rüstungsexport. Es gibt auch einen jährlichen Rüstungsbericht über die Rüstungsexporte. Und das führt immer zu heftigen Debatten. Wir haben einen Abgeordneten aus Hamburg, Jan von Aken, der sagt am Ende jeder seiner Reden, egal worüber er redet. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Rüstungsexporte verboten werden müssen. Und politische Aussagen leben ja auch von Wiederholungen. Also wenn man in der Wissenschaft arbeitet, dann muss man jedes Mal was ganz Neues sagen. Aber in der Politik muss man die Dinge so lange fordern, bis man auch ganz viele Leute dann auf seiner Seite hat. Es reicht ja nicht, wenn wir, wir sind jetzt 64 Abgeordnete der Linken, wenn wir diese Forderung aufstellen, sondern es muss einen großen Druck aus der Gesellschaft geben und möglichst natürlich mehr Stimmen für uns. Das ist ja auch klar. Dann können wir auch diese Positionen viel einfacher durchsetzen. Ja, Jan von Aken kennt die Klassiker, habe ich jetzt aber zumindest mitgenommen. So, bitteschön, nächste Frage. Mein Name ist Gläser. Ich habe das Buch von Rogo Willemsen gelesen, das Hohe Haus. Also hat mich tief beeindruckt. Aber meine Frage an Sie, am Ende bin ich über weite Strecken zu dem Schluss gekommen, oder hat sich das mal aufgedrängt, als Abgeordneter, der, ich sage mal, ein gewisses Ethos hat, müsste eigentlich Schmerzensgeld kriegen bei einigen Debatten, die im Bundestag geführt werden. Meine Frage hat das Buch irgendwie beigetragen, um mehr Sachlichkeit und mehr Vernunft in diese Debatten oder in einige Debatten zu tragen. Wie geht es Ihnen? Muss man abgestumpft sein oder wird man abgestumpft, diese Dinge zu ertragen? Oder hat man doch das eine oder andere Mal emotional doch, ich sage mal, Magenbeschwerden oder Verstimmung oder sonst irgendwas? Naja, abgestumpft, denke ich, darf man auf keinen Fall sein, denn dann kann man ja nicht mehr die Probleme erfassen. Und auch mitfühlen mit Menschen, die Probleme haben, die ich vielleicht, weil es mir in vielen Fragen ja sehr gut geht, selber gar nicht so habe. Also das ist ganz wichtig, man darf natürlich nicht abgestumpft sein. Man darf aber auch nicht empfindlich sein, denn es wird ja ständig, es ist ja versucht, das ist ja auch gerade aus der Anfangszeit beschrieben, also wo wir ja zu zweit waren, dass man so an den Rand gedrängt wird, möglichst gar nicht wahrgenommen wird und so. Also das natürlich nicht. Das Buch von Willimsen hat ja folgende Grundkonstruktion, wer es nicht gelesen hat. Also Willimsen hat ein Jahr lang auf der Tribüne des Bundestages gesessen und hat jede Plenarsitzung verfolgt. Dafür hätte er Schmerzensgeld kriegen können, ja, richtig, aber das ist ja nur ein Teilaspekt der Arbeit im Bundestag. Also man ist in ganz vielen Gremien, also nicht jeder, aber ich habe ja schon ein bisschen berichtet über meine Arbeit im Haushaltsausschuss und häufig ist es ja so, oder fast immer, dass in diesen Gremien Entscheidungen vorbereitet werden, auch man dort viel mehr Details mitbekommt oder auch Auseinandersetzungen geführt werden. Ich glaube auch, dass es natürlich wichtig ist, dass man nicht zu schüchtern ist. Das lernt man ja auch dann im Laufe der Zeit, dass es auch gar keinen Sinn hat, sich zurückzuhalten. Also ich war, das spielt hier in dem Buch auch eine Rolle in einem Kapitel, vier Jahre lang die Vertreterin der Partei, als Parteivertreterin, Partei Die Linke im Fernsehrat des ZDF. Und da hatten wir, das ist eine ganz komische Einrichtung, da waren damals, glaube ich, 77 Vertreter und die sind, trafen sich immer zur Vorbesprechung in sogenannten Freundeskreisen. Der eine Freundeskreis war Freundeskreis Dr. Bergmann, Klammern SPD, die war auch mal Bundesministerin, Christine Bergmann. Der andere Freundeskreis war Freundeskreis Dr. Junk. Und das war der CDU-Freundeskreis, CDU nahe an. Und Junk war ja mal Verteidigungsminister und kurze Zeit auch Arbeitsminister. Und dann haben mir Leute geraten, ach, geh doch in den SPD-Freundeskreis, ja wozu? Ich muss doch nicht in den Freundeskreis gehen, ich bin doch nicht SPD, ich bin die Linke und ich gehe zu den Gremien und nicht zu irgendwelchen Kungelrunden vorher. Und darum gab es auch häufig aufgrund dieser Vorabsprachen ganz wenig Diskussionen, hat sich ein bisschen geändert in dem Fernsehrat selber. Und ich habe an einer Stelle, wie gesagt, das ist auch in dem Buch beschrieben, angesprochen, Berichterstattung über den Konflikt Ukraine-Russland. Ich muss den Sachverhalt ganz kurz darstellen, da ging es um Folgendes. Es war ein Beitrag im ZDF in einer Nachrichtensendung, da wurde eine Frau dargestellt, die wirkte aus den Russen, wirkte sehr unsympathisch. Und dann wurde gesagt, also die Frau hat gerade gesagt, Poroschenko, du Bastard, ich komme und bringe dich um. So, der Text aber, den sie wirklich sagte, wir wollen hier nur in Ruhe leben und unsere Kinder erziehen. Das war, das sagte sie auf Russisch. So, dann habe ich gesagt, was war denn da los, da stimmt doch was nicht. Nein, wurde mir dann gesagt, es gab einen ganz kleinen Fehler. Die Übersetzung war schon richtig, nur der Text war an der falschen Stelle. Ich sage, und haben Sie das dann irgendwie korrigiert? Ja, wir haben da auch Facebook und Twitter darüber berichtet. Nun muss man ja wissen, dass die Menschen, die ZDF schauen, häufig ein bisschen älter sind. Also sage ich mal, nicht unbedingt die Facebook- und Twitter-Generationen. Also sprich, die haben von dieser Korrektur nichts mitbekommen. Der Höhepunkt an der Geschichte war aber, dass dann selbst die Korrektur falsch war. Weil zwar der Name, also das Wort Bastard irgendwie vorkam, aber nicht Poroschenko. Und dann sprach der Übersetzer rein, die Frau meint, als sie Bastard sagt, Poroschenko. So, kurze Vorgeschichte und als ich das dann nochmal vorgetragen habe im Fernsehrat, gab es schon so einen Mohren. Einige sind ja auch Journalistenvertreter, die sagen, ja und wir riskieren da unser Leben in der Ukraine und sie kritisieren die. Und der Peter Frey, der Chefredakteur, der sagt dann, mein Unterton gefalle ihm nicht. Und wenn sie dann da quasi die Einzige sind von 77 Mitgliedern und dann noch alle möglichen, die da mit rumsitzen und alle sagen, naja, was macht die denn da? Klar, dann darf man nicht feige sein, da muss man schon sagen, also so und so. Und also mein Unterton, also das ist ja sowieso die absurdeste Geschichte überhaupt. Es ist dann natürlich immer so, dass dann hinterher Leute zu ihnen kommen und sagen, ja, war ja richtig. Aber die trauen sich das nicht. Also zu dieser Frage, abgestumpft sein oder so, oder wie macht man das? Aber natürlich gibt es ganz viele Situationen, wo man sich auch selber sagt, es wird allen Kollegen so gehen, Mensch, an der Stelle hättest du dich mal melden müssen oder hier hättest du das vielleicht ein bisschen anders sagen müssen oder so. Also es gibt da natürlich nicht nur Dinge, die man toll macht oder überzeugend, sondern auch, ja, manchmal sagt, Mensch, das hättest du ja besser machen können. Ja, aber Abstumpfen glaube ich, wer abstumpft, ist da falsch. Aber auch wer zu empfindlich ist, ist da auch falsch. Aber man kann ja viel lernen im Leben, man kann ja viel lernen und niemand wird geboren als Politiker. Und ein ganz großer Irrtum, wenn ich das jetzt hier nochmal zu dieser ganzen Harz und Agenda 2010-Geschichte einfügen darf, die Vorstellung zum Beispiel, dass sich jemand, der sich von unten hochgearbeitet hat, wie Gerhard Schröder, der hat ja als Kind in der Baracke gewohnt, dass der denn besonders sozial ist, wenn er es nach oben geschafft hat, das ist, glaube ich, völlig widerlegt. Ja, vielen Dank, ich muss jetzt auch hart sein. Achso, ja, ob das Buch was verhindert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also diejenigen, die positiv erwähnt worden sind, das war Diana Golze von unserer Fraktion, die hat sich natürlich darüber gefreut, aber jetzt für den Ablauf des Bundestages hat das nichts verändert. Okay, ich sage jetzt, wir sind auch hart, wir machen jetzt noch eine Frage und dann schließen wir 21 Uhr. Alles Weitere machen wir dann vielleicht im Zweiergespräch. Wir sind einverstanden. Letzte Frage jetzt. Ganz kurz nochmal zu Facebook. Wir hatten genau zwei Anmeldungen für die Veranstaltung heute Abend. Ich weiß nicht, ob Sie alle ZDF gucken oder auf jeden Fall sieht man nochmal die Diskrepanz zwischen der Medienwahrnehmung. Also solche Korrekturen sind, also ich finde es manchmal auch witzig bei Nachrichtensendungen, wenn es dann heißt, den Rest können Sie unter so und so.de lesen, das ist ein Scherz für mich. Ja, na klar. Also das, so, letzte Frage, bitteschön. Ja, Rainer Jaluschka aus Schönebeck. Noch die Frage, Horst Schlemmer, die Idee, wollen Sie die nochmal aufgreifen? Und ihn einladen zu einem öffentlichen Gespräch im Rahmen der Wahlwerbung? Ja, ich weiß nicht, wie er gerade so drauf ist. Ich weiß nur, dass mein Kollege Gregor Gysi, der macht ja auch im Deutschen Theater so eine Veranstaltungsreihe. Da war also Horst Schlemmer alias Harpe Kerkeling vor Ort. Und es war wohl ein ganz interessanter und schöner Abend. Ja, ich habe selber, ich habe im Kalibknechthaus in Berlin auch eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Gedrucktes. Da habe ich einmal im Monat auch sehr interessante Gesprächspartner. Und vorhin habe ich schon erzählt, glaube ich. Also da findet man auch sehr viele, die großen Anklang finden, wie zum Beispiel, wer kennt ihn noch? Gojko Mitic. Ja, das sind natürlich auch immer Menschen mit... Wer war denn das jetzt eigentlich, Herr Gojko? Ja, sehr gute Frage. Wer kennt da noch das Lied, ne? Hey, hey, Gojko, wie wir mit dir fühlen, bitte lass noch einmal deine Muskeln spielen und so. Das kennen Sie auch, ne? Nein, das war ein wenig. Und ja, gut, aber eine gute Idee, aber es gibt so viele interessante Menschen und das teilen wir uns so ein bisschen auf auch. Aber trotzdem vielleicht greifen wir es nochmal auf, das wäre gut. Nein, das ist ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank. Wir machen den Rest, machen wir persönlich. Danke, dass Sie so präsent und auch humorvoll, wie ich fand, heute Abend hier mit uns drüber gesprochen haben, über das Buch. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch bei den Aktionen zur Leseförderung. Ja, das finde ich sehr wichtig und danke auch Ihnen, Publikum, dass Sie ja teilgenommen haben. Wir haben jetzt noch ein kleines Präsent von der Luxemburg Stiftung. Oh, toll. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.